Willkommen zu einem neuen Folgeverheerist. Kon-Kon-Kon-Kon-Sorry. Äh... Jo... Nee... Nee... Witzig... Äh... Einstellungen... Ja, ok... Dann muss ich halt... Egal... Äh... Ok... Dann auf jeden Fall los... Kostendose Truhe... Kann ich das... Kann ich damit was anfangs? Ja... Macht keinen Unterschied... Bringt mir halt wirklich nichts... Ah... Erstmal 10 Diamanten... Ja... Schön... Also... Ah... Neue Liga ist angefangen... Lol... Er... ... Ah... Er... Dann kommen wir gleich mit dem mal an. Ja, das ist halt eben leicht. Ah, das gibt es hier ja auch noch. Ich habe das beim letzten Mal nicht schon gemacht. Ach nee, das haben die ja wirklich auflehnbar gemacht. Über wen gebe ich das? Ich glaube, ich gebe dir das. Besser. Bestätigen. Level 10. Wild. Dann gehe ich hier drauf. Okay. Okay. Dann gehe ich eh erstmal erstmal keinen mehr. Ja, die sind zu teuer. Ich brauche noch 6. Level. Und äh... Dann... ... Dann hätte ich die Aufbauung erledigt. Aber natürlich ist das nicht so einfach, weil die halt ziemlich teuer sind. Ich mache den mal fertig. Ich brauche mal ein bisschen mehr Geld. Ja, ich habe mir jetzt eigentlich nicht viel gebraucht. ... 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 Danke. Kampen bleibt an. Ja. Ein Boss besiegt. Keine Ahnung, wirklich mal einen Kampf hier machen. Ich glaube du hast verloren. Der ist jetzt stark wahrscheinlich an dir. Meiner hat aber Fisch angemacht. Ja, das hat auf jeden Fall sich genutzt abzugehen. Deswegen. Ja. 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 Traum kann ich mir gerade plus. Ja. 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 Ich komme halt nicht voran, weil das alles viel zu länger dauert. Kann auch nochmal greifen. Kann auch nochmal greifen. Ja. Ich mache aber auch richtig wenig Schaden. Schließe aber sehr schnell. Ja. 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 Na, das wird nix. Ach, jetzt sieht sie nicht mehr so gut. Für dich aus, wenn wir jetzt auf einmal gewinnen. Ohne Problem, wir gehen dich. Weil jetzt sind auch gerade Läufler. Ich brauche immer mehr Geld. Das hat ja gefühlt nichts gebracht. Ich brauche immer noch 5 Level für diese eine Aufgabe da. Ich brauche mich zu für das einsteig. Komm, dann geh ich nochmal online kämpfen. Irgendwann wird ja ein Gegner kommen, der mich besiegen wird. Das ist mir bewusst. Äh, du wirst mir jetzt ernsthaft sagen, ob ich meine Rollerkatte alle fickt oder was. Ja. Wow. Dann geh ich nochmal online angreifen. Ich geh jetzt einfach dreimal online angreifen, bis ich halt keine Spiele mehr verfügbar hab. Oder 3000 Leben. Kann sein, dass wir gegen den verlieren. Obwohl der macht, oh mein Gott, wieviel Schein er gemacht hat. Wow. Okay, ich hab das Ding. Ich hab ne Kiste. Ich muss jetzt mal nochmal angreifen, weil ich werde ihn jederzeit verlieren. Äh, einer mit dem besten K.O. doch nicht. Vielleicht doch nicht. Vielleicht gewinne ich ja doch. Ich hab gedacht, ich hätte einen Steckern gegner als ich. Der Stecker jetzt als ich. Hätte ich gedacht, die kriege ich. Ich hab das Ding. Ich hab das Ding. Ich hab das Ding. Aber mach erенный. Ich hab das Ding. Das Ding ist wirklich. einfach mal das damit ich mehr geld kriege ich glaube hier passiert jetzt erstmal nichts ich hoffe euch hat das video gefallen bis zum nächsten mal könnt ihr auch gerne in die kommentare schreiben was ich für andere spiele spielen soll leidest halt erstmal nur aufs handy bezogen aber gibt es ja auch ein paar wenn ihr irgendwelche was habt was ihr sehen wollt sagt es einfach oder schreibt es einfach bis zum nächsten mal